Wahrscheinlich gibt es keine beliebtere Aufnahmekette als den Neve 1073 in den CL1B fahren zu lassen. Beide Geräte zusammen kosten ungefähr 5000 Euro. Ich zeige dir, wie du mit Logic Stock Plugins das Ganze auch kostenlos bekommen kannst. Let's go! Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Natürlich bringt dir die beste Vocal Chain nichts, wenn deine Performance nicht gut ist. Du in einem sehr schlecht behandelten Raum aufnimmst oder vielleicht auch das Mikrofon einfach überhaupt nicht zu deiner Stimme passt. Wenn das aber alles passt, kann so eine Recording Vocal Chain schon deine Aufnahmen auf ein sehr professionelles Level bringen. Wie und welche Plugins du dazu einstellen musst in Logic, zeige ich dir jetzt. Das Ziel sollte immer sein, ein gut klingendes, durchsetzungsfähiges Signal zu erzeugen. In vielen Studios gibt es einfach diese klassische Kombination aus dem Preamp vom Neve, dem 1073. Der kostet ungefähr 1500 Euro und der geht meistens in einen Kompressor von TubeTag, dem CL1B, der so 3500 Euro oder so kostet. Was viel Geld ist. Deswegen gibt es einige Softwarehersteller, die versucht haben, diese Geräte zu emulieren. Wir gucken uns heute die von Logic an, wir vergleichen die mit denen von Universal Audio und natürlich vergleichen wir auch die Hardware. Ich habe in Logic eine Aufnahme mit dem SM7B gemacht, die klingt erstmal so. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Und jetzt wollen wir einen Neve 1073. Den gibt es so als Namen von Logic nicht, aber wenn wir hier bei den EQs gucken, gibt es die Vintage EQ Collection und da gibt es den Console EQ. Und wenn wir uns den aufmachen, dann sieht das Ding schon ziemlich ähnlich aus wie so ein Neve-Vorverstärker. Und auch hier haben wir schon diesen interessanten Regler, weil oft, wenn ich Aufnahmen mache, benutze ich eigentlich nur den Drive vom Preamp und benutze selten hier die Bänder. Man kann natürlich, wenn man ein sehr, sehr dumpfes Signal hat oder wenn man irgendwie merkt, okay, irgendwas stimmt gar nicht, kann man gucken, dass man hier mit den EQ-Bändern arbeitet. Aber in unserem Fall, der Klassiker, wie ich immer aufnehme, ist, ich schiebe hier ein bisschen den Drive hoch. Ich übertreibe es gleich auch mal, dann werdet ihr hören. Wir kommen so ein bisschen zu Saturation, die schon fast unangenehm ist. Jetzt sage ich euch mal. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der Best-Ax. Wäre also viel zu viel. Ich würde jetzt hier mal so auf 4 gehen. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Yes, yes, Unterschied. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Ist jetzt kein Riesenunterschied, aber macht das Signal nochmal ein bisschen fetter und bringt so einen Drive oben in die Mitten rein. Jetzt brauchen wir noch einen Kompressor und ja, hier haben wir jetzt leider keinen Vintage-Kompressor in den Kompressoren, aber wir haben einfach diesen Standard-Kompressor und weil der Tube-Tag ein Opto-Kompressor ist, also der arbeitet mit so einer Opto-Zelle, nutzen wir hier den Vintage-Opto. Wir machen hier Auto-Gain aus. Wir wollen auch kein Auto-Release. Wir wollen eine relativ kurze Release-Zeit, eine mittlere Attack-Zeit. Das nie lassen wir einfach unberührt. Dann können wir gleich mit dem Threshold nochmal einstellen, wie viel soll der wegnehmen. Die Ratio habe ich beim Tube-Tag meistens auf 3 zu 1 und mehr Einstellungen müssen wir hier gar nicht machen. Gucken wir mal, dass wir den Threshold so einstellen, dass wir hier so 1, 2 dB einfach wegnehmen. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Und wenn ich Vocals aufnehme, ist der Tube-Tag immer so eingestellt, dass der so 1, 2 dB maximal, allerhöchstens an so ganz krassen Stellen mal 5 dB wegnimmt. Aber der soll nicht so viel arbeiten, sondern der soll einfach so ein konstantes Signal liefern. Wenn wir jetzt beide Plugins ausmachen. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Und das vergleichen mit beiden Plugins an. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Dann hört man, da ist schon ein Unterschied. Signal setzt sich ein bisschen durch und ist so ein bisschen konstanter einfach. Jetzt vergleichen wir das Ganze einmal mit den Plugins von Universal Audio. Ich habe sie genauso eingestellt. Wir haben hier den Neve und wir haben hier den Tube-Tag. Vergleichen wir mal. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wäre ich Fat-Ax. Hardware oder die Hardware besser klingt, gucken wir uns jetzt an. Davor würde ich dich aber bitten, falls du es noch nicht getan hast, lass doch ein Abo da. Drück die Glocke und wenn du Bock hast, dann lass auch deinen Daumen da. Am besten natürlich nach oben. Okay, gucken wir uns mal an, was die Hardware kann. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wär ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wär ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wär ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wär ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wär ich Fat-Ax. Yes, yes, bin der beste Rap-Act. Bring dir Pakete, als wär ich Fat-Ax. Sehr spannendes und knappes Ergebnis, wie ich finde. Ist das 5000 Euro wert? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich meistens mit der Hardware aufnehmen kann, weil es schon einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Ob ich ohne Hardware leben könnte, auf jeden Fall. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht, wo ich nur mit Plugins gearbeitet habe und wo wir auch auf ein Top-Ergebnis gekommen sind. Schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare. Kann man es hören? Ist ein großer Unterschied? Ein kleiner? Braucht man? Braucht man nicht? Kommt es vielleicht am Ende eh nur aufs Mikrofon und die Performance an? Wer weiß, hier auf dem Kanal findest du noch mehr Videos und vor allen Dingen Videos auch zum Thema Hardware vs. Plugin. Das aktuelle findest du hier für Mixing und Mastering Anfragen. Schreib mir gerne E-Mail. Die findest du unten in der Beschreibung, genauso wie die Affiliate-Links. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann! Bis dann!